Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Axel by the Evolved. Wir werden jetzt einen Alpha Megalodon zähmen und bevor irgendwelche Irritationen aufkommen. Dabei handelt es sich um einen Mod. Es gibt zur Zeit keinen Alpha Megalodon im Spiel. Okay, da haben wir ihn. Oh, unter Wasser, ne. Ich hasse es unter Wasser. Uh, da. Oh, oh. Geh down, geh down, geh down, geh down. Geh down, bitte, 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 bitte. Okay. Wir suchen das Ganze doch nochmal, beziehungsweise ich muss erstmal meinen Stuff wiederholen. Wo ist mein Stuff? Tief im Meeresgrund, wa? Oh, ist er. Oh, da bin ich. Und ich glaube... Bist du unconscious? Tatsächlich. Oh, hättest du nicht etwas eher? Ich glaub's nicht. Okay, ich, äh, sehe... ...etwas komisch aus. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Ich muss nochmal in Lund. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich's gezämmt habe. Bis gleich. So. Da ist er. So ne Sine, ja. Okay. Ach. Den Sattel. Moment, ich hatte doch noch... Hatte ich einen dabei? Hab ich. Okay. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Bis dann. Ich habe es einen... ... ... ... Vielen Dank.